Moin Mois und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute zeige ich euch mal ganz schnell und flott, wie ihr Regen in Star Stable haben könnt. Das geht eigentlich äußerst, äußerst einfach. Und ihr solltet natürlich nicht vergessen, jetzt sofort meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen, denn bei mir gibt es oft solche Tutorials oder Anleitungen, geradezu Facts oder eben zu Quests wie der, wo man Ausrüstungsgegenstände von Mika suchen muss. Und zwar müsst ihr in diese Wolke quasi reinreiten und dann kriegt ihr halt einfach Regen in Star Stable. Leute, guckt euch den Shit an. Wie nice ist das bitte, oder? Hello, wir haben Regen in Star Stable. Heißt, so kriegt ihr richtig krass Regen in Star Stable. Und ich finde es so nice, weil es geht so irre einfach. Und ihr seht, die Tropfen fallen und fallen und fallen. Und ich finde das nice. Ich wollte immer schon so mehr Wetter in Star Stable haben und so. Und ihr seht ja auch, das ist jetzt richtig schön neblig hier. Und jetzt haben wir hier richtig krasses Wetter wirklich mal. Das ist es halt, was ich mir immer mehr wünschen würde eigentlich in Star Stable. Und jetzt haben wir das, Leute. Ihr guckt euch das an, wie nice. Also da kann man auch richtig nice Fotos mitmachen, würde ich sagen. Oha, es hat gerade einfach, glaube ich, geblitzt. Also wir haben hier richtig, richtig schön Wetter. Also wir können ja auch mal zum Beispiel ein Foto damit machen. Ähm, machen wir einfach so eins. Ein Regentanzbild. Hier haben wir unser Bild. Ich finde es nice. Ich feiere das. Und ja. Genau, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Also es geht wirklich übelst einfach. Ihr müsst einfach nur zu dieser Wolke rein, euch da reinstellen. Und dann regnet es bei euch in Star Stable. Ihr müsst keinen großen Aufwand betreiben. Und ich meine, hier bei Mika ist man ja sowieso. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video ganz gut helfen. Vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und diesem Video ein Like zu geben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.